Ich glaube, der wird... Mann, das ist nur kurz, ne? Das ist voll lustig. Nee. Das Rennen macht auf jeden Fall mal ganz. Ja, okay. Ich habe diesmal wohl nicht einen. Ja, das ist die 17. Karls Bar. Ich meine, das ist die längste Runde im Jahr. Ich meine... Wenn du da sechs Runden und 50 hast, fährst du das halbe Rennen vorbei. Die Frage ist, ob man vorgastet oder nicht? Viel Spaß mit der Führung. Welch? Nein. Was macht hier, wenn du den Regen greifen willst? Nee. Ach, sie haben es natürlich. Nicht, dass ich hier mit Flix ist. Boah, ey, ich bin älter. Wegen dem 1,5 Uhr. Wow, Edi. Hä? Ja. Ja. Ja, ich bin der 1. Ich bin der 1. Ich bin der 1. Strecke ist frei. Oh, okay. Ich dachte, ich würde die 1. Der 1. Der 1. Nein. Sie überholen ist verboten. Warte mal, ich hoffe, dass meine Kamera so stimmt. Bleibt diesmal, wenn ich hier fahre, dann versteckt sie sich. Nein. Völlig reifend? Nein. Okay. Ja. Ja. Soll ich das Rennen kommentieren? Ja, bitte auch nicht. Nein. Nein, wird dich nicht hören. So. Damit schon ein Zwitsch. Ähm, Edi ist gerade auf der Strecke ganz langsam gefahren und war durch die Strecke und wir sind durchgefahren. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Ja, ich habe keinen, ich habe einen Platten vorne rechts. Kein Frontflügel mehr und eine Strafe, also... Mann, wieso verschiebt sich diese scheiße Kamera immer? Ich... Weil mir der irgendwann jetzt immer der Geistler die Kontrolle, also den kann ich mal fahren. Da kannst du... Da kannst du... Da kannst du vielleicht vielleicht draußen bleiben, Alter. Hahaha. Sind die Schalmer? Ne, ne, ne. Zu langsam. Geist nicht mal hin. Ja, ganz ehrlich, wenn das weiter solche Bedingungen sind, dann wird das Safety-Kartenstück nochmal kommen. Ich kann nicht mal längst, das scheint möglich. Vor allem bin ich jetzt Letzter oder was? Ich meine, Edi ist klar, aber... Ich bin Elfter, ich bin Letzter, super. Nee, ich bin noch auf der Strecke irgendwo. Ich bin Letzter. Wer ist denn jetzt da nach 0.10? Also vor der Doppel-Links. Es gibt einen schönen Streit-Ergebnis. Das finde ich! Oh! Boah, Alter. Ich glaube, er hat mich daran gewöhnt, dass... Geht nicht. Warte, jetzt, ich bin Elfter weg, aber ohne Grunds. Ich hab gar nichts gemacht. Kommst hier sogar die Suche nicht dran. Darf ich Edi jetzt eigentlich überhaupt holen, ja, ne? Ja. 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 Ich hab's mit der Führung in der Führung. Ich geh nämlich jetzt rein. Bedingungen waren scheiße. Ich rutsche von der Boxen einfach. Naja, ich hab mich einfach nur... Stellen wir mal Formel-1-Frage. Wer fährt ab sofort in der DTN? Block. Ja. Ja, richtig. Ich weiß, wie man ist gerade drin. Ich weiß nicht. Okay. Wie hieß der erste deutsche Formel-1-Sieger? Der Belldorf war das wirklich? Nein. Graf Berge von Trips. Äh, Wolfgang Graf Berge von Trips, ja. Ja. Die Bedingungen sind generabel. Keine Ahnung. Wir haben alle wichtig zu kämpfen. Hahaha. Ah, ist ja okay. Super. Aber ich seh jetzt schon fast nix mehr. Ne, das ist brutal. Ich sehe auch kaum noch. Ich hab alle vor mir. Ja. Ja, die Rufe bringt... Äh, ja. Bitte kommen. Deine Position nicht überholen. Bitte, meine Kamera soll jetzt so bleiben, ey. Ich hab gar nicht jedes Mal wieder zu drehen, ey. Endlich wieder normal fahren, ey. In englische Schreckwege. Hey. Ha, 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 ha. Und wie kann man überhaupt mit die Kamil jetzt fahren, Leute? Das geht doch gar nicht, oder? Ne. Ja, so der Goldfern fährt im Moment. Ach, der Goldfern. Schön, da hinten. Also... Ja, und der Zertiano fährt auch in hohen, das lässt sich nicht am administrators. Mein Beileid. Ja. Ja, ich hoffe, wenn ihr ruhig zieht, zieh mich gleich aus. Ich drehe mich sogar in die Zildiker-Phase schon fast. Ja, hab ich gesehen. Ja, der Goldfern dreht sich da. Ja, kannst du machen, also ja... Nee, er hat sich wieder erdruckt, er hat sich wieder vorne dran Ich hab mich auch getrackt, dann wird er wieder hingesetzt Normalerweise, wenn du einfach fährst, dann passiert er nichts Da, Rapppuffeln Verlangsam Ja, aber ich will jetzt anscheinend... Da nehmen wir nach 5 Runden noch Ich will jetzt anscheinend geist, weil ich zu langsam bin, das ist super, ich muss hier aufschließen Ich krieg noch nicht mal Punkte im Moment Das ist schwer, gell, was tust du da? Fahrt doch einfach Na wie denn, wenn ich hier drüben schon noch vorgekommen Also Eddie, du beklebst mir bei mir im Auto Du bist durchsichtig Bei mir bist du total raus Wir sind ja alle durchsichtig Safety Car geht diese Runde rein Ja, ist diese Runde Kann ein Fahrrad überholen Okay Ja, was denn? Ich muss in der Lüge bleiben Was macht ihr denn da? Leider, FWK, der kann mich hier lieber holen Kann ich die ganze Zeit hinter mir rein Safety Car geht diese Runde rein Ja, du bist bei mir draußen, das ist einfach Ja, bei mir bist du auch, dann hast du das zu tun Ja, super, du hast das zu tun Safety Car geht diese Runde rein Diese Runde rein Also jetzt achten, ne? Ich hab glaube jetzt einen kleinen Pappen Ja, schon, aber ob der trotzdem da hinten drin wird Mein Gott, ich lenke gar nicht mehr ein mit dem Termin jetzt Los, los jetzt! Oh, zu klar, was hat das? Ja klar, der hat mich angeschaut Ein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen Er nutzt die volle Drehzahl Warte ich da weit rauskommen, hab ich mich doch bei dir verteilt Scheiße! Scheiße! Oh, Choco! Wer nutzt die Arrest? Ah, die scheiß Kamera, ey Alter, bekämpft die doch Ich kann's jetzt leider nicht aufnehmen Also in der Medienkrank haben wir immer die Schrecklichste war Ja Jetzt noch vier reale Runden, wo nichts passiert Fünf Ich meine, die Runde wird auch noch gefahren Und du bist ausgerutscht Oh mein Gott, das Ding Oh mein Gott, das Ding Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Leute sind hier, die Leute sind hier, die sind hier die beste Garten. Die Leute sind hier, die sind hier, die sind hier die beste Garten. Die Leute sind halt, die rutscht dann extrem. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR